Bewegender Beckenbauer-Moment, bewegender Moment vor dem Anpfiff. Im Januar starb Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. Ein schwerer Schicksalsschlag für Heidi Beckenbauer. Die Beckenbauer-Witwe lässt das Vermächtnis des wohl größten deutschen Fußballers aller Zeiten weiterleben. Sie bringt den EM-Pokal ins Münchner Stadion, in die Allianz Arena, die das Zuhause des ehemaligen Bayern-Präsidenten war. Man sieht ihr an, wie schwer der Pokal, 8 Kilogramm, ist. Sie bleibt lange stehen, schaut in das Weib. Zum Schluss schickt sie noch einen Kuss in den Himmel zu ihrem Franz. Ein unfassbar emotionaler Moment, für die Fans im Stadion und für alle vor dem TV.